Irgendwas ist jetzt schon wieder los Was kann man eigentlich mit dem Raspberry Barsch machen? Mit dem Himmelherstach? Ah, Berries! Easy! Easy! Dann machen wir den weg hier und füllen hier Wasser rein Oh, jetzt brauche ich noch die Dinger Du kommst mal hier hoch So, jetzt kannst du schön wachsen Jetzt sind immer noch dunkler, das ist schon wieder dunkel So, die Ho habe ich gewollt Nein, nicht soo Na toll, das geht gar nicht soo Weil man hier gar nicht pflanzen kann Da brauchen wir wahrscheinlich irgendwie Soo, ähm Wie Stöcke rein Ach, was ist jetzt? Das nervt, blöd der Mod Ja toll Und jetzt? Muss man die auf einem Doppelten machen Ich kann sie nicht pflanzen, was ist denn los? Wie kann ich die pflanzen? Das sind's doch Ah, das sind doch Ah, das sind doch Bären Sag doch Ich dachte ich, das sind Samen Sehnsweise wie Samen Nein Mist Shit Kaka Wir haben nur Base Hm Ja, die kann ich wieder reinlegen Ich habe jetzt noch momentan keinen Bock zu bauen Ich muss sowieso die Treppe wahrscheinlich noch eins nach vorne machen Weil ich möchte, dass überall 3 ist Und dann hier auch 3 nach oben geht Und ich könnte es auf 4 ausweiten Ich will einfach Platz haben Eine Ein Knochenfossil, ok Jetzt haben wir den Bubble da Und die anderen Bubbles Jetzt müssen wir noch Kopfer Strings haben Jetzt, wie ging das schon wieder? Müssen wir 6 Rapport haben Oder geht das auch irgendwie Anders Es ging doch mal anders Hallo Ah, jetzt noch Telefon Nein, ich nehme nicht ab Ah, Moment kurz Eine blöde Telefon von Frankreich Ok Franzosen in der Schweiz, weiß ich Wir wollen immer was von der Schweiz haben Ich denke so Ja, wir sind ja die Nachbarn Wir können machen mit den Schweiz Was wir wollen Kann man das nicht abschalten Ähm, down Nun Was könnten wir Und Wo habe ich noch freie Tassel Ich mache einfach die Rain auf die Juhuuu Ja, wir brauchen mehr Rubber Ich habe leider auch kein Knochenwell Weil wir ja auf Peaceful spielen Da müssen wir ja anders hinbekommen Wir könnten eine Weide machen Das wäre gut Wir pflanzen mal ein bisschen Erdingern Ähm Ja, Eichel sind jetzt nicht so gut Birken könnten wir anpflanzen Aber nicht die großen Birken hier Sondern die kleinen Dazu müssen wir zuerst mal ein paar finden Da oben ist zum Beispiel eine Gehen wir mal da nach oben Wir brauchen unbedingt Birken Und hier hat es noch Gummibäle Ja, das sind Gummibäle Sehr gut Ähm, die Taste Ja, geht nicht natürlich Keine Optifender Sonst könnten wir zoomen Habe ich Covid-Ampf Ah, dort ist ja schon Eine Birke Aber die Gummibäle holen wir natürlich auch noch kurz Und leg Achja, wollt ihr den Seed Ähm, einfach bei Charaktererstellen Äh, beim Werterstellen ATG auswählen Und dann Hier ist der Seed Könnt ihr die Werte auch spielen Spawned out open Und dann müsst ihr eigentlich nur da drüber zu den Redwoods Äh, ja, zu den Redwoods So, eine Birke haben wir So, eine Birke haben wir Okay, gehen wir rüber Jetzt noch Spursbüche So Eine lassen wir hier Die schönste Ja, okay, wir lassen sie nicht Die sind alle grässlich Wir brauchen die Äh, äh Gummibäumen da drüben nicht hier Wir können sie dann schon noch wieder auswählen, aber Jetzt nicht Weil sie grässlich sind Weil sie hässlich sind Weil sie hässlich sind So, haben wir alles Dann gehen wir zurück Und schwimmen wieder Im schönen Glasklaren Wasser Was ist denn das? Ein Tintenfisch mit einem Menschen oben drauf Mit einem so einen Hausteil, äh, Autoteiler Wackelpuppe 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 So, noch mal ein paar kaputt machen Wir machen sie mit dem mit dem Spitzhack Wir gehen schneller Wir brauchen ein paar Tintenfässchen Für äh, Mistkräfte So Ich mag's nicht Also diese Bäume mag ich zwar schon mangroben aber die sind ganz anders als im Realismus als in der Realität ähm, und sind nicht immer ganz gleich groß wo sind sie? Klonbeine So, Birki Gut, haben wir das auch gelöst Challenge gelöst Okay, ähm, Gummi rein Dieses CX kommt hier rein Das da oben Und jetzt müssen wir Sticks machen Nehmen wir mal Nehmen wir mal so viel Einfach ein kleiner ein kleines Gehege wohin tun wir das sollte schon gerade sein machen wir es hier so und hier legen wir die Eier rein wir legen sie rein na toll fehlen immer noch eines fehlt noch hier habe ich mal gekocht also boiled das sind irgendwie halt einfach Eier die gar sind 10 Minuten Eier oder so oder 3 Minuten Eier und wir haben einen Hut aber das bringt uns wenig schade ähm ja ebenso das brauchen wir ja jetzt nicht ok ähm ich nehme dann später wieder auf wenn mein PC sich beruhigt hat keine Ahnung wieso es so arbeitet wahrscheinlich wird bei Steam irgendwas heruntergeladen hm schade ok dann sehen wir uns gleich wieder für euch haha ja 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 ja